herzlich willkommen zu einem weiteren video hier auf meinem kanal und wenn ihr den abgab gesehen habt das lied habe ich früher mit einem damalsjährigen freund gemacht der ist bei der abitur zu zahlen ja ja und dann ich weiß dass es darunter geht und kommt es euch auf jeden fall an und wenn ihr nicht wisst was ich gesungen habe dann kann ich euch jetzt sagen ich habe das komische gesungen ich war der stein ich war dieser steine den habt ihr ja gesehen das war der freund von mir so gut kann ich nämlich nicht sehen deswegen habe ich mal ein bisschen machen wir das mal so damit wenn ich nicht so gut sehen kann dann können wir das anders regeln das geld das eisen können wir erst mal hoch bringen so verletzen wollte ich nämlich auch nicht aber was soll da hin ja also wenn du nicht ist ich war das mit der komischen schrötenstimme dafür brauchte ich auch ein mikrofon doch anbergen will ich euch nicht ich Untertitelung des ZDF, 2020 Okay. Okay. Was? Hat das gehört? Natürlich, immer gucken, was das ist. Er freut sich direkt über mein Video, ne? Ich bin jetzt oben und an dieser Stelle will ich das Video auch jetzt planen. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst keine Bewertungen da und haut rein! Jetzt wenn's euch hier ein Video hin, dann lasst uns auf die cielen, die sich einfach weiter lenken. Und jetzt auf das nächste Mal.